ja dann macht du begrüßung herzlich willkommen zurück zu der weiteren folge chain chain together so das ist ganz leicht wir merken dass wir rennen einfach vor kurz knapp vor dem ersten stein müssen wir einfach ziemlich nah am stein bleiben ja und dann bisschen rüber ein zweiter dann bis zum stein dann wieder ein zweiter ist der stein dann wieder ein zweiter stein wieder als vater verstanden ich glaube wir können uns das nicht okay ja warte es ist ja nicht schlimm wenn da nur einer fällt warte 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 nicht dass du mich jetzt irgendwie weg ziehst so ich habe noch stehen ja ich glaube ganz bis zum stein jetzt recht so warte ich weiß es noch oder ich glaube um das ding rum ja ja genau genau alles cool das war nur ein bisschen okay ja das ist ja gut wenn einer noch steht der erzer voll drauf dazu hier kann ich noch mal eine kurve kann sein ja ich kann nichts ich kann nicht nach vorne auch okay bleibt gut stehen nein 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 jetzt kann man versuchen wir hätten nur eins weiter müssen okay gut damit man wissen wo wir starten hier ich springe sich jetzt aber ich weiß es ja nicht besser gut dann kurz vor dem satellit satellit ja 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 dann nur kurz dahinter war das genau dann hier auch nur kurz ich sehe jetzt nichts war alles gut war auch kurz eins dahinter aber wie groß ist eins was das ist auch immer so das ist ein bisschen schief bin ich gelaufen das ist das problem das kann mir mit der tastatur nicht passieren so und jetzt da ist mir der busch im weg jetzt um das genau jetzt einmal rundherum dann ungefähr so war das hatte ich noch kurz vor nicht dass uns runter breitelt ungefähr so war das und dann hier auch einmal kurz rundherum ja genau ein schwarz aber schwierig ich weiß halt nicht wie die sinne so war einmal ich habe oben so ungefähr sonst jetzt soll ich mal kurz ja sie gut aus weiß aber nicht ob ich am schluss springe so schwinge einfach ja ich will auch fliegen ich will auch fliegen hehehehe meiner hält sich auch bisschen kompliziert fest dann steckle ich unten an der kurve macht es irgendwie Naja okay Oh ja, du rechts, ich links. Andersrum. Ich links, du rechts. Oder so. Hahaha, das war als Kinder. Du musst hochbringen, ja. Aber hast du gehört, was ich gesagt hab? Ja, ja. Du rechts, ich links. Andersrum, ich links, du rechts. Ich hab's vergessen. Oh ja, das ist... Ich zieh's jedes Mal runter bei dem Ding. Ich glaub ja, können... Oh, fuck it, ey. Meine Blödheit bin ich so witzig, aber... Ich links, du rechts, andersrum. Du rechts, ich links. Ja, du hast das ja andersrum gesagt, gell? Also wenn man's genau nimmt, hast du gar nichts falsch gemacht. Oh, ich find meine Blöder zu geil. Oh, aber ne schöne Aussicht. Ja. Oh, wir haben ne Wohnung. Ja, Mann, wir sind endlich mal wo drin, hier könnten wir nicht runterfallen. Hier bleiben wir. Was gibt's denn hier schöne? Schau mal, hier gibt's Sachen. Das ist ne Bergstadt. Ja, ein Warenhaus stand da. Ein Warenhausstadt. Wir sind in einer Warenhausstadt. Oh, Free Exit. Was? Fire Exit. Free Exit dachte ich schon, hä? Nein, das ist eine Warenhausstadt. Da kann nur Fire Exit sein. Ich möchte hier gar nicht raus. Ja, gar nicht, ich fühl mich hier so safe irgendwie. Irgendwie sind wir jetzt grad im Kreis gelaufen? Nein, nein, nein. Aber hier sind safe irgendwo Flügel. Ich spür das einfach. Du spürst die Flügel? Ja, da oben? Ne, doch nicht. Hast du was? Ne, war nur die Spiegelung. Nee. Nee. Shit. Oh, nee, das geht wieder zurück. Oh, Timing. Uff. Wo jetzt? Hinter uns. Und hoch. Einfach hier hoch, hier hoch. Geht das? Ja. Ja. Oh. Warte rechts gucken. Habe ich auch gerade gemacht. Aber warte mal kurz. Ich habe schon wieder die fucking Musik an. Warum speichert der das bei mir nicht? Ja, du musst schon safen. Nicht einfach rausquitten, also. Ach, safe settings. Oh ja, man. Safe settings. Ich habe eine safe und quit gesehen, deswegen dachte ich. Okay, hab's. Gut. Ich hab's vergessen. Oh nein. Jetzt müssen wir auch wieder, jetzt müssen wir auch noch lenken und denken. Wie lenken? Warte kurz. Ja, das muss man richtig. Aha. Wir müssen an die Leiter kommen. Okay, warte mal. Ich glaube noch ein Stück weiter. Wo ist die Leiter? Okay, wir müssen. Okay. So, so. So schaut's gut aus. Bla, ist glaube ich scheißegal. Meinst du? Ich denke. Okay. Weil, wenn du rot, du musst diese, diese Ding so. Na gut, warte, vielleicht müssen wir doch ein bisschen. Da müsste das erstmal von unten dann sehen. Warte mal, wir müssen das. Oh, das bewegt sich ja komplett weiter. Ja. Bewegt sich ja weg. Ja, so glaube ich passt das. Na, na, na. So meinst du? Ah, okay. Ja, das kann ich sagen. Ja, ich denke so ungefähr. Und dann noch gelb. Aber. Aber. Ja, ja, noch ein bisschen. So. Meinst du? Hm. Hm. Weißt du was? Machen wir uns hier einen Punkt. Ja, so kann es bestimmt nicht sein. Na, so nicht. Vor allem. Da muss ja auch irgendwie an die Dinken kommen, an die Leiter. Ne, so kann es nicht sein. Ne, ne, ne. Ne, so aber auch nicht. Ne, ne, ne. Ne, so aber auch nicht. Das muss nicht gerade sein. Das Laufding muss gerade sein, sonst kommst du nicht an die Leiter. Warum kann ich nicht weiterfinden? Jetzt kommst du an die Leiter. Warte kurz. Warte kurz. Jetzt auch nicht? Warte kurz. Jetzt kommt man an die Leiter. Okay, das heißt, warte noch ein bisschen vielleicht. So. Ich glaube wir müssen das erstmal von unten kurz laufen. Aber kommen wir dann wieder hier hoch? Ja, kommen wir. Ja. Wir kommen wieder hier hoch. Warte kurz. Ich will trotzdem kurz so. Wir müssen auch nicht speichern groß. Ah, das macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Genau, genau, genau. Das heißt, ja das passt. Das sollte passen, gell? Ja. Jetzt nichts mehr berühren. So, das heißt, wir schauen, dass wir unten aufs Rote gehen. So. Ich glaube, das hat der Zaki jetzt so gut gemacht. Ja, schauen wir mal. Wow. Oh, Alter. Jetzt verwuscht unsere Käpt'n hier nicht. Warte. Warte, 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 warte. Glaubst du wirklich, wir wären unten geblieben? Ah. Warum steckt er da nicht? Warte kurz. Gell. Ich glaube schon, ja. Sieht gut aus, oder? Nee, doch nicht. Nee. Hä? Ich sag das so, wie wir es vorhin hatten. Mit Gelb, das war richtig. Okay. Dann schauen wir noch mal runter. Komm mal hier auf die. Kann man nicht gleich aufs Rote? Hm. Doch, schaffen. Ja. Easy. Easy. Going. Das Gelbe müssen wir nur bewegen. Alles andere ist gut. Aber dann komm mal nicht an die Leiter, oder? Sehe ich das jetzt nicht? Ja, das wird schon funktionieren, Petsi. Jetzt machen wir mal, wie du meinst. Ah, du, du, du. War das so? Ja, da kommen wir auch nicht hoch. Hey, da kommt man doch niemals hoch zum Gelben. Schaut nur so aus. Okay, wenn du das sagst. Ich finde das blaue schon auch enorm weit weg aus, aber. Nee, aber warte, 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 warte. Wir müssen noch so. Wir kommen ja sonst nicht an die Leiter. Sag mal so wie davor. So was davor, gell? Ja. Ah, du kommst nicht anders in die Leiter. So gehört's, so gehört's, so ist es sicher. Na, du kommst nicht an die Leiter. Wieso nicht mit Springern? Können wir probieren, aber ich sag das zu weit weg. Wir probieren's. Okay, versuchen wir, versuchen wir. Ja. Ich sag jetzt mal nix, weil vielleicht, schau, sehe ja auch ich falsch jetzt. Da zocke ich schau grad richtig. probieren geht über studieren wird meine mutter immer gesagt du schießt dieser lauter dann habe ich immer geheimt hat gut aus oder also wir kommen nicht wir kommen hier schon hoch aber wir kommen nicht an die leiter kommen nicht das meinte ich dies zu weit weg ok dann gehen wir hier wieder auf rot bringen wir ja wohl hin oder das wäre es jetzt für beide irgendwie falsch gedacht haben beide vorbei ich glaube wir hatten es davor vielleicht schon richtig nur näher so hatten wir es davor oder nein also das lange stück muss richtung leiter zeigen ja genau aber dann ist es das wo wir hochkommen ist dann hier drüben oder warte mal dann ist kann es ja nur sein dass wir grün ändern müssen dann müssen wir alles ändern nicht nur rot naja genau die grünen so dass kohle ja vielleicht müssen wir doch nicht alles ändern nur grün oder nebes oder plan ist machen bis sie wandern schicken schätze ich aber das haut dann auch nicht mehr hin wir müssen einfach alles ändern dann hat was hin jetzt haben wir es so wieder vor vielleicht schaffen wir den sprung ja trotzdem ja vielleicht noch weiter aus ok warte ich will das nicht berühren kommt ein bisschen wieder ein bisschen kurz zurück das ist jetzt hier wirklich probieren geht über studieren oder es geht einfach über runter fallen ja doch das passt das schaut gut aus das passt das hat doch zwar geguckt macht das ist richtig gut jetzt der spiel schafft eins man freut sich über kleinigkeiten das stimmt boah nein da war ein dinger die haben wir nicht gesehen hier bleiben wir jetzt scheiße wo sind wir denn das kackdreck ist ich habe jetzt nicht aufpasst weil ich redpool trunken habe wir beide gerade nicht aufgepasst ok warte mal wir müssen darüber springen wenn du mich hoch ja ich versuch's ja 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 sehr gut das hält sich meiner mal bitte fest danke wir müssen auf das dach hier rüber ok alles so rüber und dann einfach wieder hier ganz normal den weg da aber das ist ja auch wieder der urlange meter haben keine andere möglichkeit gerade wir sind halt jetzt zu einer ganz blöden ding gefallen ich habe mich einfach zu sicher gefühlt ok nach nächsten ja wir haben uns gerade glaube ich beide ein bisschen zu sicher gefühlt ich habe einfach ein schluck vom redpool gemacht und nicht aufpasst und schon nein das blöde ist vorhin habe ich noch gesehen dass die stacheln da bei der leiter sind aber ich habe jetzt wo wir das geschafft haben nicht mehr dran gedacht ich hab's vergessen ja genau haben da jetzt noch was weltbewegendes aber das mit der zart ja gut das war gar nicht so schön wir haben uns nur ein bisschen drum beim ersten mal angestellt ich nicht ich nicht du sowieso nicht nein nein gleich kommt wieder dein ich links du rechts du rechts ich links ah ok ich merke gerade wenn so ein ding kommt habe ich doch noch musik ne ja ja hab ich auch das habe ich ja gesaved was eigentlich wurscht ist denn es wird eh unten an sagt jetzt da ja komisch dass er das vorhin nicht gemacht hat also am anfang vorhin vorhin ist gut nur für uns war es ja vorhin ja wir spielen das alles in einer season durch in einem rutsch einem rutsch ich heiße mir schlaf der finger ein warte 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 wir gehen den leichten weg oder? ah ja ganz vergessen ja ja hab ich vergessen ah nein warte brauchen wir das überhaupt noch warum? oder kannst du es noch drin wie drin ups ja wie es funktioniert meine ich ah nein du ok wir machen doch mal kurz ne wir kommen ja doch ne das ist ja oh ja mach mal base einfach ja ok vor allem da oben sehe ich ihn jetzt ne ja jetzt ne ich ihn auch ja jetzt ne ich ihn auch ja man wir haben die wir haben Amazon erreicht jaa wo ist mein Paket? ja vielleicht ist es hier irgendwo dabei Zocki jetzt weißt du wo dein Paket hängen geblieben ist das rotiert hier irgendwo oh ich warte bis du hier bist Zocki ja ich bin da wieso hüpst du hier? komm doch hier hoch ich steh doch neben dir äh bei mir nicht oh ne oh ne 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 jetzt bist du erst bei mir ok pfff pfff wow ich seh den Weg oh da kommt da der Weg Vorsicht nicht zu schnell ja ich weiß schon mittlerweile wie sie uns austricksen hier ist da noch der Laser der uns verarscht hat der Laser oh Paletten gibts ja auch schon man oh oh nein oh warte mal ok das heißt da müssen wir oh ne warte mal weil da müssen wir immer aaaand pfff 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 ja dann Pause gasp pff 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 kauerte pff 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 Auseinander gehen, zack! Warte, warte, warte! Auseinander gehen, zack! Okay. Gar nicht so schwer, wenn man... Wenn man mich versteht. Ja, wenn man sich auch mal... bisschen abspricht. Ich mag die Schreie. Ich mag die Schreie. Ich mag Menschen schreien. Vor Schmerzen. Ne, die Schreienweise fallen, nicht vor Schmerzen. Also so gemein sind wir jetzt auch nicht. Wer weiß, vielleicht hat sie so eine fette Kugel erwischt. Flügel. Oh, wir haben einen neuen Punkt erreicht. Haribo. Cool. Wir schauen aber wirklich, ob hier Flügel sind. Ja, bin ich doch gerade dabei. Achso, ich wollte da hinten gucken. Dann, und dann... Oh, Schabler! Ja, ist ein bisschen dahinten. Glaub ich, hier sind auch keine. Nein, das schaut nicht so aus. Nehmen wir gleich eine Abkürzung. Also Abkürzung ist das nicht, aber... Wir wollen einfach den Boden. Der Boden ist Lava! Nein! So. Flügel brauchen wir nur Leute, die fallen. Schauen wir uns das doch mal an hier. Wir müssen da rüber, rechts. Meinst du? Ja, warte noch, warte noch. Ja. Jetzt. Wir haben noch, wir haben das richtig, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir da links. Genau. Und jetzt. Jo. Jo. Und jetzt müssen wir aufs Auto. Auf den Anhänger. Auf den Anhänger. Ja. Der On... Der Onhänger. Der ist On... Der Line. Der Line ist der Onhänger. Flügel! Wo? Ah, da. Warte, das ist nicht so schwer. Ne. Warte, ich war noch... Ich... War wie geplant. Das ist immer das Problem. Da musst du mir sagen, wann du soweit bist. Okay, jetzt bin soweit. Okay. Ja. Okay, da brauchen wir wieder den Cran. Den Cran. Ist das Englisch für Cran? So hab ich mir als Kind wirklich eingebildet, wird Englisch funktionieren. Wenn du immer was mit Rang, Rang, Rang sagst. Ja, meine Tochter, die Sophia ist genauso. Ah, okay. So hab ich mich früher dann auch immer mit Amis und Engländern unterhalten. Die haben mich aber komischerweise verstanden. Also... Ich weiß doch... Ja, in den Familienurlauben hat man sich irgendwie unterhalten und konnten zusammen zocken. Weil so Wörter wie Batman und sowas haben sie dann wieder verstanden. Weißt du, hab ich halt gesagt... Oh, Batman. Du erkannt Batman. So ungefähr. Das war immer in Englisch. Wer kann Batman? Oh, man. Howdy, partner. Oh, Sabrina. Ich probier's wohl im August noch mal in London. Ob ich so durch London durchkomm. Oh, ich bin nicht gesprungen. Pré, Pré. Komm doch jetzt mal hoch. Er lässt sich da hängen. Oh, ich hasse solche Dinger. Ich auch. Gut, wir springen so. Nicht gerade, sondern einfach... So. Oder... Ja. Nicht gerade. Schauen wir, dass wir gleich auf die Dinger kommen. Wow. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Oh, shit. Ich hab damit jetzt Null gerechnet. Oh. Nein. Komm, wir schaffen's ganz nach unten. Das ist mein Ziel. Ja, wahrscheinlich müssen wir davon zur Hälfte runter. Oh. Ja. Oh, jeder. Das ist... Ey, jetzt merkt man, wir haben schon was geschafft, ne? Boah, stell dir mal vor, es wird jetzt... Wir müssen echt alles noch mal hoch. Ich glaub, jetzt wär's Spiel vorbei für mich. Ja, glaub ich aber auch. Hui. Vor allem, wie es dich um mich rumschleudert. Und... Und... Ne, es hat aber einen Schlag gegeben, hast du das gemerkt? Mhm. Cool. Schwerer Knochen. Ja. Ja, da will ich sagen, wir hacken die Zeit insgesamt. 25. Mal nach mal Pause kurz. Noch einmal Pause kurz, ja. So. Was da drin? Weiß ich nicht. Nix. Flügel gab's grad erst. Fünf brauchen wir noch. Aber ich sag dir was, wenn ganz oben der letzte ist, dann scheiß ich aber auch drauf. Was brauche ich dann noch, wenn ich dann hoch bin? So, ich wär wieder für so. Wolltest du's wieder versuchen? Oh. Ich rutsch leicht weg. Ich rutsch leicht ab hier. Ich krieg dich hier aber nicht hoch. Jetzt hat's. Bounce mich. Bounce mich. Ja, ich krieg das hin. Ich krieg das hin, ich krieg das hin, Betsy. Kein Stress. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt musst du das wieder hin. Oh nein. Ah, warte. Ja. Ja. Äh. Die Kette. Ich weiß nicht, ob das mit der Kette so gut ist. Wir probierens. Was will die funktionieren? Warte mal, wir bleiben jetzt einfach. Was war denn das jetzt? Das war scheiße. Er rutscht einfach ab, weil sich das Ding jetzt... Wir kommen wieder nicht zum Helikopter, scheiße. Ja, Aufnahme beenden, oder? Ja, machen wir Schluss hier. Das reicht. Oh Gott. Das ist gut. Das ist gut.